Herzlich Willkommen! Sie sehen die Highlights der sechsten Runde des Kandidatenturniers in Yekaterinburg. Mein Name ist Markus Rager und heute waren wieder sehr, sehr umkämpfte Partien. Der längste Spieltag sozusagen bis jetzt. Die kürzeste Partie war die Siegpartie von Jan Nebonyaci gegen Dinli Ren, auf die ich später noch zu unsprechen komme. Die längste Partie des Tages war von Anish Giri gegen Aleksenko. Die haben beinahe 100 Züge gespielt, 98 Züge und 7 Stunden. Also wirklich eine Marathonpartie, die der Anish Giri gewinnen konnte. Aber als erstes möchte ich mal über die zwei Unentschieden sprechen. Das erste Unentschieden zwischen Alexander Grischuk und Fabiano Caruana. Der Caruana ist in der Achen Gelsk-Variante im Spanier treu geblieben, die sich durch Läufer C5 auszeichnet. Und überraschenderweise war der Grischuk aber nicht besonders gut vorbereitet und hat zwar im 13. Zug der Zugwiederholung abgelehnt mit Weiß, was natürlich für seine kämpferische Einstellung spricht. Also er hat da die Möglichkeit gehabt, die Züge zu wiederholen, hat aber stattdessen am Bauern geopfert. Aber in diesem Bauernopfer war natürlich Schwarz sehr, sehr gut vorbereitet. Und es ist die Partie ein bisschen in dem Muster gelaufen, wie viele Partien von Grischuk. Der Gegner ist in der Vorbereitung, Grischuk denkt nach. Es kommt eine interessante Stellung raus. Der Gegner hat über eine Stunde Bedenkzeit und der Grischuk einige Minuten. Genauso ist das heiter gelaufen. Und da ist er vielversprechende Stellung, die er im Mittelspiel gehabt hat, ist zu einer schlechteren worden, die er dann erst retten hat können, wie er nach dem 40. Zug Zeit der Zugkrieg hat. Und dann hat er dieses leicht schlechtere Endspiel aber problemlos Remis halten können. Also wieder einmal so eine typische Zeitnotpartie von Alexander Grischuk. Wang Hau gegen Vashila Graf war, wie zu erwarten, die grünfeldindische Verteidigung. Und der Wang Hau spielt eine der Hauptvarianten. Er spielt Läufer C4. Das System, das der Fabiano Caruana schon gespielt hat in dem Turnier. So könnte man schon fast sowas von einem Themen-Turnier sprechen. Er hat aber dann eine andere Variante gewählt, weil im 10. Zug war die Stellung noch ident. Und da hat sich der Fabiano Caruana für den ruhigen Weg mit Dame D2 entschieden. Und der Wang Hau setzt sofort auf H4, H5. Die Stellung ist dann ein bisschen kompliziert worden, aber dann recht schnell in ein Endspiel übergangen. Schauen wir uns das Endspiel an. Das war also die Stellung im 30. Zug. Und Weiß hat ganz großen Vorteil, weil der König geht nach vorne und Weiß hat mehr Raum. Schwarz hat dann an Bauern Gopfert und dann haben sie, sagen wir mal, so eine Stellung gehabt. Weiß hat dann mehr Bauern. Aber Schwarz steht sehr, sehr solide. Er hat die Bauern auf der richtigen Farbe. Die Bauern sind auf Schwarz. Damit sind die weißen Bauern, also der FV kann jederzeit nach F6 gehen. Während die weißen Bauern sind alle auf Weiß festgelegt, auf der Farbe des Läufers. Und dieser kleine Vorteil kompensiert in gewisser Weise für den Minusbauern. Und Schwarz hat zwar nach längerem Kampf, aber doch recht souverän das Remis gehalten. Aber jetzt kommen wir schon zu den Siegpartien. Und da fangen wir gleich mal mit der Marathonpartie an. Mit der Partie Alexenko gegen Anish Giri. Die Eröffnung ist wieder einmal, so wie schon sehr oft in dem Turnier, also es war italienische Eröffnung, günstig für den Anish Giri gelaufen. War besser vorbereitet und nach 17 Zügen hat schon eher eigentlich so ein bisschen die Initiative übernommen, könnte man sagen. Also Schwarz steht vielleicht schon leicht angenehm, ein bisschen besser. Und Weiß muss sich Gedanken machen, wie er ausgleicht. Hat er es mit D4 probiert. Und so ist die ganze Partie irgendwie zwischen leicht besser Schwarz und Ausgleich herumgelaufen. Und wir schauen uns dann an, was für Endspiel rausgekommen ist. Aber Stellung im 57. Zug, da ist jetzt ein Springer-Einspiel entstanden. Springer-Einspiel mit 3 gegen 2 auf 1 Flügel. Schwarz hat dann mehr Bauern. Aber Weiß sollte es eigentlich relativ problemlos Chemie halten können. Die Frage ist, wie macht er das? Er könnte einerseits den König nach F3 stellen und passiv abwarten. F3 das beste Feld. Das ist ja das, für das sich der Alexenko in der Partie entschieden hat. Aber, also ich bevorzuge auch immer, wenn es möglich ist, lieber eine aktive Verteidigung. In dem Fall wäre König H3 stärker gewesen und vor allem auch praktisch besser, weil man das Chemie sozusagen forcieren könnte. Die Idee ist, König H3, König H4 und später F5 noch einen weiteren Bauern zu tauschen. Also das hätte mir noch besser gefallen, wenn da bei dir der Springer C3 gespielt hat. Auch ein schlechter Zug. Hat später vielleicht noch einmal eine kleine Ungenauigkeit begangen, der Weißer. Aber es ist alles nicht so tragisch noch. Also Weiß hat jetzt an der Stelle Springer F2 gespielt. Und später ist der Springer dann nach H3 gegangen. Und dann waren König auf G2 und Springer auf H3. Und alle Figuren waren passiv. Und Weiß hat nur Auffangstellung eingenommen. Es wäre meines Erachtens besser gewesen, den Springer auf C3 zu lassen, dass er sozusagen Platz hat und noch herumspringen kann und eventuell Gegenspiel machen. Aber das ist nur eine Kleinigkeit. Es ist dann trotzdem eine remissliche Stellung rausgekommen. Wir schauen dann einmal an den Moment, wo Schwarz endlich weiter tut. Also Weiß, Schwarz hat da jetzt viel erreicht. Hat dann sehr starken König auf E4, den Springer. Auch ganz gut verbessert. Und Weiß steht sehr passiv mit Springer G1 und König F2. Und in dem Moment hat er genutzt, um H4 zu springen. Dann ist G2. Tauscht das ab. Das Problem ist, wenn Weiß nicht reagiert, dann wird dieser F4-Bauer gelockert. Und dann könnte man den vielleicht, wenn der Springer irgendwie nach D3 geht, angreifen und vielleicht sogar gewinnen. Und aus dem Grund hat er nach zwei Zügen nach Springer H3 und König F5 hat er sich dafür entschieden, auf H4 zu schlagen. Mit der Beunte, dass auf König G4 kommt jetzt ein F5. Ein sehr, sehr starker Zug. Es kommt G schlagt F5. Schaut auch wieder sehr logisch aus, weil der Springer auf H3 hängt. Der F-Bauer ist bereit vorzugehen. Und Weiß hat sich bei einer schönen Verteidigung ausgedacht, und zwar König E3. Er opfert den Springer auf H3. Sollte König mal H3 kommen, König F4. Und Weiß schnappt sich die letzten zwei Bauern. Und es ist ein Remi. An der Stelle hat der Anish Giri noch versucht zu tricksen, sozusagen, und hat Springer C3 probiert, den Springer ins Spiel zu bringen. Aber Weiß gibt einfach Springer F2 Schach. Und auf König H4 käme König F4. Und Weiß nimmt wieder in aller Ruhe die zwei Bauern weg. Mit Remi. Also probiert Schwarz noch den letzten Trick mit König E3. Und in dem Moment spielt Weiß ungenau. Alexenko, wie so oft im Turnier, ist wieder in Zeitnot. Und heute hat er da sehr wenig Zeit. Spielt die letzten Züge immer nur mal mit einem 30-Sekunden-Bonus. Und an der Stelle hätte er viele Remi-Wege gehabt. Der Anfasste, vor allem weil es eine Idee ist, die er zwei Züge vorher selber angewandt hat, wäre Springer H1 Schach. Egal wo der König hingeht, wenn er nicht F4 kontrolliert, wird Weiß König F4 spielen. Zum Beispiel König G2, König F4. König H1, König schlagt F5. Und es gibt... Schwarz kann den F6 auf Dauer nicht verteidigen, weil auf Springer D5... ...kommt schon H5 und deswegen muss sich eher Schwarz schon Gedanken machen, wie er den H-Bauern aufhaltet und kann nicht den F-Bauern decken. Also, das wäre ein sehr leichtes Remi. Und jeder andere Zug, der nicht König G4 ist, erlaubt ihm auch König F4. Und nach König G4 gehen wir wieder Springer F2 mit Zugwiederholung und Remi. So, sozusagen Anzug. Vor dem Remi, nach sieben Stunden, harter Verteidigung. Zackt Alexenko Nerven und spielt den schlechteren Zug, spielt Springer D3. Schaut auch logisch aus, weil F4 wird kontrolliert. Aber das Problem ist, dass Schwarz jetzt eine Serie von Tempozügen hat, nämlich jetzt Springer D5 Schach. Der König muss weg. Es kommt Springer F4, wieder mit Tempo. Das Bauernendspiel wäre verloren. Deswegen geht der Springer weg. Und jetzt kommt König schlagt H4. Jetzt gelingt es Weiß nicht, An von D2 F-Bauern zu nehmen und Schwarz hat die Partie dann leicht gewonnen. Das war die Schlussstellung, in der der Alexenko aufgegeben hat. Weiß war übrigens am Zug. Letzter Zug von Schwarz war F5. Die Idee ist es einfach, Springer E4, den Springer von D2 wegzulocken und dann selbst Springer D2 Schach zu nehmen. Wichtig ist, Springer F3 sofort wäre ein grober Fehler. Aus zweierlei Gründen. Der erste Grund wäre Springer E4 Schach und der Bauer geht verloren. Aber noch ein triftigerer Grund wäre, dass nach Springer F3 Springer mal F3 kommt und nach Königsschlag F3 ist Bad und wäre Remi. Aber auf den Trick fällt der Anischkirin nicht rein, spielt F5 und Weiß hat aufgeben. Ein mögliches Ende der Partie, sage ich auch noch kurz, wäre Springer C4, Springer E4, König E2, wartet ab. Der Springer möchte nicht von D2 weg und Schwarz macht in aller Ruhe F4. Der König geht wieder zurück und jetzt kommt F3. König ist eingesperrt, es schaut im ersten Moment so aus, als ob es eine gewisse Partgefahr gibt. Aber ganz egal, wo der weiße Springer hinzieht, es kommt immer Springer D2 im nächsten Zug. So hat Giri sozusagen noch einen, unter Anführungszeichen, glücklichen Sieg, weil also in letzter Minute hat Alexenko noch einen Fehler gemacht, aber es ist in gewisser Weise eine ausgleichende Gerechtigkeit, weil der Anischkiri schon viele halbe Punkte in dem Turnier liegen gelassen hat. Jetzt hat er endlich einmal einen Zurückkrieg. Und dann schauen wir uns noch die Partie vom Turnierführenden an, vom Nepomniachi gegen den Dingli Renn. Und das war eine sehr, sehr scharfe Partie. Wir steigen in einen Moment ein, wo die Spannung am Höhepunkt ist. Das ist die Stellung. Weiß ist am Zug. Schwarz hat eine ganz so große Drohung. Und zwar droht Schwarz, Dame F3 und Dame G2 matt. Weiß hat momentan gleich viele Bauern, aber einen sehr, sehr starken Bauern auf B6, der schon kurz vor der Umwandlung steht. Also ist die Frage, entweder gewinnt Weiß jetzt mit Hilfe des B-Bauerns im Mittelsperr beim Endspiel oder Schwarz schafft es, einen Gegenangriff zu kreieren und damit entweder das Remis zu forcieren oder matt zu setzen. Also es ist klar, es wird eine Entscheidung in den nächsten Zügen geben. Und der Nepomniachi schlagt auf D5, nimmt einen Bauern und deckt F3. Sehr logischer Zug. Der Dingli Renn spielt Turm A5, bedroht die Dame. Die Dame muss F3 unter Kontrolle halten und er spielt den logischsten Zug, Dame C6. Und Dame C6 hätte jetzt eine unglaubliche, verborgene taktische Ressource erlaubt, die wäre nahezu unmenschlich, die zu sehen. Wer mag, kann es aber trotzdem gerne probieren und jetzt das Video pausieren und überlegen, wie könnte Schwarz sich noch verteidigen. Und der richtige Weg ist, Turm schlägt B6. Und nach Turm schlägt B6 ist die sehr, sehr starke Pointe nicht auf B6 zurückzunehmen, sondern Dame schlägt E2 zu spielen. Und die Idee von Dame E2 ist, wenn Turm B2 käme, schlägt man einfach auf B2 und kann dann später mit dem Turm matt setzen. Und wenn Turm B8 kommt, mit der Idee, dass der D8 gefesselt ist, weil Schwarz droht ja eigentlich nicht zu füllen, stimmt auch, hat Schwarz einen relativ ruhigen Zug, nämlich Turm E5. Verliert den Läufer zwar mit Schach, droht aber Dame E1 mit matt. Und nach Turm D8 Schach, König H7, ist es jetzt schon ein Weiß, sehr, sehr genau zu spielen und nicht zu verlieren. Der Weg, wie Weiß noch remissieren kann, ist mit dem Turmopfer Turm H8, König H8, Dame C8 und Dame schlägt H3 mit Schach und dann hat Weiß ganz gute Remischancen. Obwohl Schwarz auch nicht schlecht steht. Würde Turm G1 kommen, der logischste Zug, weil Weiß hat ja einen Turm mehr, warum soll er nicht probieren, den Materialvorteil zu verwerten. Jetzt kommt Dame F2 und nach dem logischen Zug, Dame A8 mit der Idee, Turm H8 Schach, kommt Turm E1. Jetzt drohen einige mats. Und nach Turm H8, König G6, Dame C6, F6, hat Weiß, obwohl er mit allen Figuren um den schwarzen König herumsteht, keine Schachs mehr. Es gibt kanziges Schach, das irgendwas bringt. Es ist alles gedeckt und so ein Schach wie Dame E8, Turmschlägt E8, würde den Schwarz, würde den Weißen auch nicht retten, weil es wäre zwar Materialgleichgewicht, aber es ist schon matt in wenigen Zügen. Also wir sehen, es hat da unglaubliche, versteckte Ressource mit Turm B6 gegeben. Hätte der Ding das gefunden, wäre das wahrscheinlich die Kombination des Turniers geworden. Er ist an dem Moment vorbeigegangen, er hat zuerst noch Turm C5 gespielt, mit einer ähnlichen Idee, die Dame wieder von F3 abzulenken. Doch nach Dame E8 Schach, König H7, hat Weiß die sehr, sehr starke Ressource Springer G1 gehabt. Und jetzt bleibt der Springer auf G1, kann eventuell später F3 spielen und deckt alles Mögliche. Und der B-Bauer ist ein Trumpf. Und Weiß hat in wenigen Zügen die Partie gewonnen. Damit ergibt sich an der Tabelle eine ganz neue Situation. Der, ein Spieler ist sozusagen jetzt dem Feld enteilt, das ist der Jan Nepognaci, der hat 4,5 aus 6, ist schon einen Punkt vor dem einzigen Verfolger von Vachiller Graf und eineinhalb Punkte vor dem Rest vom Turnier. Und das schaut nach einer sehr, sehr soliden Führung aus und jetzt ist er mittlerweile der absolute Turnierfavorit. Morgen ist noch einmal Ruhetag, aber nach dem Ruhetag erwartet uns die Spitzenpaarung Vachiller Graf mit Weiß gegen Jan Nepognaci mit Schwarz. Der Schlagabtausch der Führenden und die Partie wird in gewisser Weise eventuell schon eine Vorentscheidung für den Turniersieg bringen. Also ich bin schon gespannt darauf. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.